Jo, dann reiten wir doch los, würde ich sagen. Ich bin raus. Versuch nicht, die Stoffe zu verkaufen, während ich weg bin. Hab Spaß! Schmeißen wir unser Motorrad an und fahren hin. Ja, das kann man sagen. Das ist wunderbar. Wunderbar gepflegt. Und es ist auch hier so eine typische Südstaatenvilla, oder? Also zumindest, was man davon sieht. Na, dann öffnen wir mal die Tür. Gabriel kann nicht rein kommen, wenn er gezwungen wird. Also, ja, da müssen wir wohl klopfen. Ja. Kann ich dir helfen? Na, wir würden gern Miss Gedde sehen. Ich würde gerne Malia Gedde sehen, bitte. Ich bin dienstlich, ich kann auch. Ein Beweis, dienstlich hier zu sein. Ähm, ja. Boing, Tür zu. Ähm, okay. Da bekomme ich aber eine Idee. Vielleicht können wir von Mosley einen Durchsuchungsbefehl, oder? Naja, Durchsuchungsbefehl. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht haben wir da irgendeine Möglichkeit. Was macht denn der da? Das war doch dieser Thermostat, ne? Gucken wir uns doch direkt mal an. Stальным. Ähm. Stimmt's mal ganz heiß. Ihm, also unsere Spielerei scheint wichtig gewesen zu sein. Aber was hat das jetzt ausgelöst? Naja, gehen wir mal zu Moseley. Das zeigt erste Wirkung. Ja, die ist kaputt. Genau. Ah, jetzt kommt mir eine Idee. Na dann... Ähm, womit habe ich ihn aus dem Zimmer gelockt? Ich glaube, dass das... Das war, äh... Ja, Kaffee. Wie soll ich, dein Schlauch? Hey, ich schlaue meine Kaffee hier. Ja, ja, ist gut. Einige Leute sind nie zufrieden. Gebe du mal lieber. So, da lacht mich doch direkt was an. Ich denke, ich werde dieses Badge benutzen. Hey, was machst du mit meinem Kaffee? Nichts. Ich dachte, ich sah etwas, was auf dem Zimmer gelockt. Sehr schön. Just drink this. Er schöpft keinen Verdacht. Jetzt merkt er es. Thanks. Tons. Nein. I mean it. Wunderbar. Dann, ähm, haben wir doch alles, was wir dafür brauchen, wie es wie einen dienstlichen Besuch aussehen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass das reicht. Dann klopfen wir, damit der ökliche Buttloads öffnet. Ich bin aber dienstlich. Ja, und jetzt, äh, nehmen wir es. Ja, ja, ich weiß. Ähm. Mein Name ist Detective Mosley. Ich bin hier bei der Polizei. Wunderbar. Wie interessant. Warte hier. Ich werde mich informieren, Frau Geddy. Frau Geddy, wir sehen uns. Das ist genau das. Wunderbar. Frau Geddy wird bald. Ui. Das ist aber ja. Danke. 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 Was kann ich für dich tun, Detective? Erstmal schauen wir uns um, würde ich sagen. Die Geddy-Library ist so gut zusammengelegt wie Mali herself. Klassisch, rückisch, schlauend. Du bist ein Krieg. Wunderbar. Was heißt denn, das sind nackte Frauen hier? Wunderbar. 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 Sie müssen Relativen. Sie sind. Ui. Tatsächlich. Naja gut. Lassen wir die gute Mal ja nicht warten. Reden wir mit ihr. Wunderbar, wenn ich dir ein paar Fragen frage, Frau Geddy? Ich glaube, das ist das, was du hierherst, Detective. Ja. Ähm. Hier gibt's ja einiges. Ähm. Fangen wir mal mit Flirten an. Excuse me, but your eyes are really distracting. I don't think I've ever seen a color quite like that brownish gold. It's so deep and rich. Man, if I could bottle that, I'd make a fortune. Thank you, Detective. That's an interesting observation, though probably not relevant to your case. A good detective never knows what might be relevant, Miss Getty. Then you must be truly exceptional at your job. Naja, gut. Haken wir die Fragenkette ab, würde ich sagen. The police department isn't known for its imagination. Oh, well, I can see that your imagination is considerable. Okay, dann fangen wir zu den Voodoo-Morden. Immerhin war sie an einem Tatort. What do you know about the Voodoo-Murders? The Murders? Only what I read in the papers. And what do you read in the papers? I'm sure you know much more about it than I, Detective. Ja, das ist richtig, aber... What do you know about the Voodoo-Murders? Okay, da gibt's nichts Neues. Ähm... Tell me about your life in New Orleans. The Getty-Family came to New Orleans in 1800. We worked very hard to get where we are. On the other hand, we've done a lot for this community. I can believe that. You're doing a lot for me, right now. Schwere Nöter. Do you know anything about snakes? I'm afraid I quite abhor them. Hm, wie die meisten wahrscheinlich. What can you tell me about St. John's Eve? I believe it's some sort of local holiday, but I don't know much about it. Wenn wir ehrlich sind, weiß sie nicht wirklich viel, ne? Do you have any idea what Capri-Saint-Gaure means? No, I don't. What does it mean, Detective? That's confidential information, ma'am. Ja, das wird sie ja auch nicht wissen. Have you ever heard of a Schotten-Jäger? No, I'm afraid I can't help you with that, Detective. Tell me about yourself. I suppose I don't really have a choice. What do you want to know, Detective? Alles. What kind of things interest you? I don't have a lot of free time, but I do appreciate the arts. Opera, symphony, ballet, fine art. If you look around, you'll see that we collect African art, for example. Yes, it's very beautiful. It is, Detective. It means a great deal to me. Okay, um... Do you have a career? A career? Being the head of the Getty family is a 24-hour-a-day job. We have many holdings and many responsibilities, financial and otherwise. The management of our business affairs and properties leaves me with time for little else. Poor little rich girl. Believe it or not, Detective, wealth does have its price. Hmm, okay. Tell me about your family. The Gettys? We're a very private family. How many people are there in your family? Well, my mother just passed away. I am sorry. So am I. She was a magnificent woman. We were very close. I was an only child. And your father? I never knew him. It's hard to believe that any man would leave a woman like you. Or like your mother must have been. He did not leave, Detective. But that's really none of your concern. I'm sorry. Go on. There are, of course, other Gettys in the city. I have a large, extended family. I see. Okay. Jetzt geht einmal in die Folien hier. Do you have a husband? A boyfriend? I'm very independent, Detective. The women in my family have always preferred it that way. So, you've never been married? No, and I never will be. What about children? Yes, that is likely. Someday. Okay. I'd like to hear just about anything. I do a lot of charity work around the city. Primarily in the prison and reform system. I'm not a professional sociologist, but it does interest me. Okay. Wie gut. I wouldn't know where to begin. As you wish, Detective. Jetzt müssen wir aber natürlich auch ein bisschen einen auf dienstlich machen. Can you tell me anything about what happened out of the lake? I wish I could, but I've never seen or heard anything unusual at the lake. And I do spend quite a bit of time out there. I think this has gone on long enough. You're not really a detective, are you? Who, me? Well, I am on this case, Miss Geddy. I saw you at the lake yesterday. I thought you must be with the police since you were there, but you don't act like a police officer. Besides, I'm rather certain that the other man said his name was Mosley. All right, you caught me. I'm not with the police. My name is Gabriel Knight. I'm a writer working with Detective Mosley on a book. Well, Mr. Knight, now that we've established who you are, perhaps you can tell me the real reason you're here. Well, I am researching the book. And I thought you might have seen or heard something at the lake. I don't like liars, Mr. Knight. Okay, okay, you're right. I really just wanted to see you again. You can be mad at me if you won't, but I swear I've never done anything like this before. Mr. Knight, you've lied about your identity and wasted my time with meaningless questions. If it weren't vaguely flattering, I'd really be angry. You're lucky I don't call the real police. I think you should go, Mr. Knight. Uiui, Malia, wait. If you just give me a chance. I've wasted enough time. I'll have Robert show you out. Robert? Show Mr. Knight out, please. I mean, certainly will. Thank you very much. I had a lovely time. Ah, shit. Ja, wobei der gute Gabriel natürlich auch überhaupt keine andere Chance hatte, in das Haus reinzukommen. Also, es ist relativ zu sehen mit dem Lügen. Aber, ja, so ist es halt. Okay. Dann überlege ich, wo wir als nächstes hinziehen. Ähm, mir fällt da gerade was ein. Das möchte ich noch prüfen. Auf dem Friedhof. Ich erinnere mich doch an... Da war doch dieses Grab mit dem gefallenen Engel. Möchte ich kurz schauen gehen. Nur damit ich mich später daran erinnern könnte. Noch wichtig sein, glaube ich. In der Tat. Da. Gärde. Also, das ist das Familiengrab. Okay. Gut, gut. Hm. Und jetzt sollten wir vielleicht unsere Rudo-Recherchen fortsetzen. Ähm, ich überlege... Gehen wir doch zum... Ach, ich wollte zum Museum gehen. Nicht zum Drugstore. Aber gut, egal. Hallo? Hm, hm. Oop. Guten Tag, Herr Walker. Oh, willkommen, Frau Cousin. Wie geht's dir? Wie fühlst du heute? Na, ich erzähle dir, Herr Walker. Ich bin sicher, dass jemand ein Schraubbocker gebrochen hat. Einmal neben meinen Städten. Ich habe nicht in ein Wochenende gesprungen gebrochen. Ah, das ist nicht alles. Du brauchst einen einfachen Night-Candles, dann. Du denkst, das würde helfen? Ich hoffe, du bist richtig. Ich habe drei Roserien heute Morgen gesagt, für unsere Frau's Intervention. Roserien sind gut, sicher genug. Aber du brenn die Candles, auch, und du wirst ein Olle-Nose-Sleep-Grie-Grie. Ich sage dir, für sicher. Sehr gut, Mr. Walker. Put sie auf meinem Account, und send sie nach meinem Haus. Oh, und da ist noch etwas. Ich habe nicht gesehen, aber ich weiß, Mrs. Lefebvre, pute Stomach-Ach-Powder in meine Tee in der letzten Meeting des Creole Grandames. Oh, ich bin in Misery. Du brenn die Pen-Heads, in die kleine Boxen, und ein PINCH von Graveyard-Dust, und es unter die Front Port-Step. Das wird die Trick zurück auf Mrs. Lefebvre, und sie wird diejenige mit der Belly-Achch. Ich habe die Pen-Heads, und die Dust. Right hier, wenn du sie möchtest. Wenn die Blessed Virgin will grant me her protection, dann werde ich sicher von diesen Praktitioners von evil. Ja, Madame. Though it don't hurt, to be proactive none either. Now does it? Naturally, Monsieur. Merci beaucoup. Mais non, Madame. Madame. It is nothing. Au revoir. Au revoir, Monsieur Walker. Ja, ja. Dann hat uns der Monsieur Walker weiß gemacht, er weiß überhaupt nichts von Voodoo. Und dann verkauft er dieser netten Dame diverse Voodoo-Utensilien. Ähm. Die Dame wäre ja gar nicht so uninteressant, kennenzulernen. Die scheint sich auch ein bisschen auszukennen, weil Monsieur Walker wird uns ja sicherlich nix erzählen. Ich probier's nochmal. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Madame Casanou. Das war wahrscheinlich die Frau von eben. That customer of yours? The little old lady? Customer? The woman I saw in here. Madame Casanou, you called her. I don't talk about my customers, the man who come in off the street. Ja. Also, es ist wie immer mit ihm. It's important that I talk to Madame Casanou. You see, I'm doing some research and I can't tell you anything about her. Okay. Ähm. Wir könnten aber... Die Idee kommt mir gerade. Grace erneut mit einer Recher... Zweiter Tag, zweite Frau. Ich bin... Also, erstmal bin ich gespannt, ob sie's überhaupt macht. Und, ähm... Und zweitens wird sicherlich ein... Kommentar kommen. Hast du einen Moment, Grace? Was ist denn? Nachforschung? Könntest du für mich etwas Forschung machen? Sure, was? Ja, ich wusste es. Suche Informationen über Madame Casanou. I need you to look up a Madame Casanou. Madame Casanou? Is she related to the murders the same way your friend Malia Getty was? Christ, Casanou's at least 70. As if that makes a difference to you. Okay, I'll see what I can find. Anything else? Ich hab's doch geahnt. Beides hab ich geahnt. Dass ich's machen kann und dass, ähm... Es einen blöden Kommentar geben wird. Na ja, gut. Okay. Juuuut. Ähm... Wir wollten aber ursprünglich, bevor uns diese... Zufällige, äh... Begegnung dazwischen gekommen ist. Ich bin raus. Ich versuche nicht, dass ich die Verkauf, während ich weg bin. Ähm... Good luck! Zum Voodoo Museum, wollte ich sagen. Ich wollte den guten Gabriel nicht unterbrechen. Äh, das war das hier, nicht das hier. Welcome, my friend. Hello. I am the proprietor, Dr. John. If you have any questions, I will be happy to assist. Great. My name is Nye. And I'll probably take you up on that. Dr. John. Dr. John is a huge man. If his manner weren't so pleasant, he'd be intimidating. Gut, dann, äh, beginnen wir mal einen Dialog mit ihm. Jetzt kommt bestimmt wieder ein relativ... ... 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 Going ... ... ... ...